Mich fasziniert das Bauen. Ich habe immer gerne als kleiner Junge mit Holz gebastelt und gebaut, diesen nachwachsenden Rohstoffholz wachsen zu sehen. Und wie schnell das auch geht, das fasziniert mich immer wieder. Mit über 80 Jahren hat man schon seine Wurzeln. Ich sehe mich schon wie so ein guter Baum im Wald. Ich bin ja sehr verwurzelt hier mit dem Fußballverein, mit dem SV Links. Und vor über 10 Jahren haben wir die Hansweber Fußballschule gegründet. Und Teamgeist und Fairness, die man im Sport hat, die möchte ich auch meinen Mitarbeitern so weitergeben. Wir bauen, wie wenn es für uns wäre, das Haus. Die Philosophie von mir war immer, unseren Mitarbeitern mitzuteilen, geht mit Freude an die Arbeit, macht den Kunden froh. Ich sage immer wieder, ich alleine hätte es nie geschafft, aber die Mitarbeiter, die haben das gemacht. Mein ganzes Wissen, meine Fantasien und was man eben so immer im Kopf hat, das will ich alles gerne weitergeben. Man muss offen sein, Dinge auszuprobieren, denn der Blick auf kleine Dinge ermöglicht große Veränderungen. Das habe ich immer wieder festgestellt. Häuser sind für mich Orte der Ruhe und Behaglichkeit. Und ich hatte als Kind immer schon den Wunsch, mal später Häuser zu bauen. Und dass mir das gelungen ist für Menschen, die sich darin wohlfühlen, darüber freue ich mich. Und ich hatte das gelungen, das ist für mich.